Wer ist in der Tanne? Ich nicht. Ich auch nicht. Hat einer von euch sich hier in die Tanne gelegt? Nein, nein. Okay, dann werde ich jetzt durchmessen und schießen. Gut. Muss kurz warten. Wo liegt der denn? Eine Ecke weiter. Ja, sehr gute Anfrage. Ich meine 53, 58. Okay, dann liegt er rechts von uns. 800 Meter, ja. Er versucht weiter zu laufen. Haben die hier irgendwie noch Tools gehabt oder so? Ruhe, Ruhe, Ruhe jetzt. Ich geh raus. Hathol ist in einem Auto. Er ist Survivor-Scan. Er ist jetzt innerhalb der Mauer. Das ist er. Okay. Wo ist er? 53, 58. Ja, aber innerhalb der Mauer. Dennis, du musst nur vom Park runter gucken. Alter Kollege, zeig dich und ich drück dir eine. Dian, tu mir mal einen Gefallen. Ja, eine M14A. Ich geh jetzt hier raus. Hm? Ich geh raus. Wo ist denn? Wo ist denn die Leiche? Genau geradeaus. In dem Turm, oder? Nicht in dem Turm, sondern in dem nächsten, der dann kommt. Ne, hier ist er, hier ist er. Hier rechts, neben mir. Ich seh ihn da. Ja. Ja. Bei dem Turm war ich jetzt direkt daneben. Da hätte ich gemerkt, wenn er da geschaut hat. Bestimmt, hier oben. Hier blutet er runter. Ja, ja, ja. Alles klar. Fahr nicht so weit da hinten hin, da ist der Typ. Ja. Geil, da hat ein L-Spec. Ja. Ich denke noch, da oben bist du ohne Schutz, ne? Schüsse? Bist du auf mich? Auf mich? Schießt auf mich? Nee, der schießt auf mich, glaube ich. Nein, von mir ist direkt ein. Wo ist der? Der ist an der Mauer. Ich glaube der ist oben bei euch am Hill, oder? Ja. Ja, von da kam die Schüsse. Und der ist direkt, bist du an der Mauer? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich bin tot. Der hat auch erschossen. Wo war's denn? Außerhalb, hinter dem Turm. Außerhalb. Ey, Mann! Fick dich! Fahr mit dem Auto weg. Fahr mit der Kahn. Gar nicht nicht. Ich bin auch tot. Ey! Von wo kamen die denn schon wieder, Alter? Die waren da mit der Fuß so lange. Ich seh einen. Ich seh einen. Und da wo Basti den erschossen hat, da am Turm, da irgendwo. Ja. Da stand die Karre. Ach, hä, wir schießen da so krank. Also wenn die den Turm hochklettern, sind sie tot. Einer zumindest von denen. Oder kannst du das übernehmen, Basti? Hast du den Turm im Blick? Den Turm hab ich 1a im Sicht, ja. Dann schieß du, falls da einer hochklettern. Dann verrate ich meine Posi erstmal nicht. Weil ich bin hier im Gilly, sitze in der Tanne direkt dran eigentlich. Turm. Okay, warte, schnittlich müssen. 988 Meter. Ja, ich seh einen. An der Karre. Okay, wo? An der Karre, die Karre seh ich nicht. Ich hab keinen Klagen, Schuss. Ich bin schon weg da. Doch. Ja. Ja. Ich hab die Karre zerbrochen. Ich zieh mich zurück. Okay. Konntest du ihn nicht erschießen? Ich hab auf jeden Fall getroffen, aber ich weiß nicht, ob sie tot sind. Waren 2 schon wieder, oder was? Das geht hier ja hin und her, Alter. Ich glaub auch nicht, dass das nur die NS-Leute sind. Ich lauf jetzt direkt wieder hoch. Ja, ich bin Tschernow. Jetzt haben die keine Karre. Doch, die haben noch eine Karre. Ich seh zwei außerhalb. Zwei außerhalb. Einen außerhalb auf jeden Fall läuft. Und eine, ähm, wenn... Können die in meine Richtung laufen? Ja, der hat sich gerade in eine Tanne gehockt. Warte mal. Ich seh ihn doch immer noch. Der hat einen Elsbeck, einer M14. Ja, hat mich gelootet. Nein, Kamo. Er hat mich einmal angeschossen, Alter. Der stirbt nicht hier. Krass. Ich hab die Schüsse gehört Bandit hab ich auch immer die Eier getroffen Bandit steht aber noch Camo könnte tot sein Ne Was liegt mir in den Kopf? Ich hab die Schüsse gehört Aber wieder da Gut das hier gerade zwei Applands auf dem Server connected sind Das ist doch gerade zu Mäusermelken alter Wenn ich hier noch länger liege, frier ich Ich hör ein Auto Die fahren wieder los Da liegen viele Sachen auf dem Boden URZ kam aus Richtung Cabernillo Ich seh sie laufen Richtung Südbaracke Ich hab sie nur zwischen den Dingern kurz gesehen Ich hör hier Aber ne Karre alter Was? Du müsstest die sehen Ich seh die Staubfahne Ja das ist ein URZ Ich schieß Ich schieß Oh hier läuft noch ein Spieler übers Feld Bei mir Schieß Vier Leute noch da alter Da ist wann noch ein derischer URZ Der ist in Cabernillo Warte Komm zeig dich Hat Zombie Agro Wer schießt da du? Ist einer von denen Der ist nicht weit weg von mir Da kommt noch Irgendein grünes Männchen angelaufen Das bin ich Ich bin jetzt in der Bursch Nein Das ist Ne Quatsch Ich hab nur noch 6 Schuss in dem Scheiß Magazin In dem anderen weniger Da läuft jetzt wieder einer Richtung Airfield Ich kann nicht auf ihn schießen Ich hab nur seine Füße grad gesehen Ja ich verrecke Oh nein ich hatte so einen Funk Den grad gefunden Er hat irgend so ein Spec Ops Ding an Da ich seh ihn wieder Der flitzt immer durch diese kleinen Lücken durch Ist der schon nah am Airfield oder? Ja Der ist wahrscheinlich schon in der Mauer Der kommt aus Richtung Cabernillo gelaufen Okay ist er schon Ist er noch auf dem offenen Feld Oder schon innerhalb dieser Bäume und Büsche? Ja Bäume und Büsche Ja richtig Ich renne los Ich renne los Ich suche die scheiß Toolbox Komme ich mit der Moral da hoch zu fahren Wir sind immer noch da Schüsse? Leute Alles voll abziehen Ja ich höre 2 Ja ich höre 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 7 6 7 7 7 7 7 7 8 7 9 8 9 10 10 11 12 12 12 2 8 5 7 11 10 11 11 11 12 14 14 13 15 18 14 21 20 22 25 25 20 Wo sitzt du? Ich hab den Schuss nicht gehört ey. Das ist jetzt glaube ich zu weit weg. Oh da, da sitzt einer. Ich nicht. Verbindet sich? 670, ok. Fehlheiten. Alte. Treffer. Was schießt du? Treffer. Komm, verreck. Der robbt weg, der robbt weg. Ja, der wird blutet gleich. Ich werde nicht unmächtig werden. Ich werde immer unmächtig. Ich schon vor Ort. Ja, ja, aber ich auch. Kurz bevor man stirbt. Er blutet wieder, auf jeden Fall. Der Spider einfach mal durch. Und dann weg zu seinen Pfoten. Ja, das war eine Toolbox. Leute. Ich bin oben. Auf dem Sniper Hill meiner alten Leiche. Hätte da noch den. Ja, das war nicht unsere, der hier auf der Seite ist. Ja, dann fahr mit dem UZ halt einfach mal weg. Falls du eine Toolbox hast. Ach so. Ja, ich hab keine. Hier ist eine Leiche mit einem Pfoten. Vielleicht hat er eine. Aber vielleicht liegt die Leiche noch neben dem UZ. Ja, guck mal hier. Vielleicht ist da eine Toolbox. Ich bin direkt. Ja, das weiß ich. Ich bin in dem großen Endaspiel, wo diese frohen Häuser sind, wo wir den Kling raten und so. Es sind jetzt auf jeden Fall drei Parteien. Wir und noch zwei andere. Definitiv. Ähm, ja, bei dem Endaspiel hinterm Pfangenhausen. Ich kann eine Toolbox organisieren. Ich hab eine. Auto ist fahrbar. Fahr einfach weg. Fahr weg. Fahr echt weit weg. Ja. Dann haben sie die raus. Okay. Ich guck mal. Ja, ich hör dich. Ich seh dich. Ja. Ja. Jetzt weder beschaust und dann geht die Karre hoch. Fahr nicht in die Richtung. Alter, fahr übers Airfield. Ja. Ja. Aber nicht außerhalb. Ich wär einfach aufs Airfield gefahren. Und pass auf die Lampen auf. Von der Startbahn. Die werden gleich zum Verhängnis. Der Mauer. Fahr aufs Airfield, Alter. Übers Airfield hinten. Hinten. Am Nordausgang kannst du rausfahren. Und dann nach Rupertino. Über dem Feldweg. Das ist der sicherste Weg. Okay. Jetzt schon in der Schule in Vibor. Ich hab Schwert nicht geschossen. OZ war es. OZ. Mit 14 Airmen. DM Airmen. OZ einfach nur. OZ Tim oder was? PDW SD. Leitende. Einsteiger. Turuf. Ja, OZ. Und der hat das. Der gehört zu Tim. Nur das ist Madness. Oh. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. welcher pro Tag? Wo sag ich die Karre parken? Wo muss ich denn... Keine Ahnung. Ich bin jetzt am Rotten Haus. Im Norden. Vielleicht. Na jetzt. Da sind dein Schälter. Weil hier sind überall Zombies. Aber... Wieder hier. Wo steht denn das Auto jetzt? Auch das. Seht ihr die Leichen noch an dem Turm und so. Oder sind die alle weg? Oder sind die alle weg? OZ. Und dann? die gleiche noch an der Mauer an dem Turm ja eine seh ich waren die da rein, wenn die Räume geräumt wird? denke ich nicht ich hatte gerade die Logo Tim und ich höre noch mit ja ich mach ne Rolle kriegst du? ok wir kommen direkt hochgefahren ja ich bin da dran Logo Tim und hier ist noch ne Leiche hier ist noch ne Leiche da ist er, dann hab ich ihn getötet wir sind gleich in der Räume durch, wir fahren mit dem überall, wir kommen dann hab ich ihn durch die Tanne erwischt ja ich seh dich, ich hab dich voll im Blick alter du kriegst gerade an der Tanne 675 Meter hier steht noch ein nein du hast dich doch noch außer Gefecht gesetzt oder? du könntest mal hier das Mauerfilm aufnehmen ja das nehm ich gleich mit Paul ja die Kisse ist so laut ich höre im TS gar nichts krass ok das hier ist ein bisschen Weiler und da ist noch einer ich glaub schon der lebt hab geschossen ich hab so viele Fote bleib geschmeidig bleib geschmeidig wir kommen wir haben gar nicht wenn wir weggeschossen werden ist es nicht so schlimm kein Geräusch geht nicht ich sehe den über Z ich sehe den über Z leise bitte ich sehe den über Z ich sehe den über Z das ist schon meine Zunge jetzt ok go 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 ich habe es gehört und so das welchen kleine welchen bei der todescheune oder da drüber dahinter drüber wir fahren links von cabanino lang links und cabanino direkt da drinnen und hinter mir 59 64 das kann blut dabei ne ich hab blut dabei doch ja alter direkt ich hab ich habe richtung cabanino an der westlichen von dem wald habe an einem baum gestanden der rechts von uns sein werden oder korrekt nee bei der scheune zwischen starry und geschiehen hier ist australien wolf haben getroffen gehört und geschossen ich brauche ich dann bitte ein taxi ja das müssen wir faul machen pass auf dass da nicht zwei sind 53 63 wo sind jetzt die leichen unsere inseln weg hast du gesagt in der mauer da steht auch noch ein urz der steht einfach so dass du nicht da sind drei leichen ich weiß aber nicht wo die anderen leichen sein sollen die können doch alles im ural lass uns doch erstmal wegfahren hier schüsse schüsse aus cabanino das ist fast tot siehst du ach wann ey schüsse in cabanino was bleibst du denn hier stehen ey oh man mir hatte die weine gebrochen ich seh ich seh der obermann kann nicht rückschieben ich seh im süden oben ich versuch zu beschießen aber ich hab noch keines ich brauch boffin fuck ey ich baller da bis das magazin alles ist warte ich kann dir eins geben gleich ben liegst du da oder er bewegt sich gib dir blut ben ja bitte auf mich zu schießen er schießt hier noch irgendwo ne waffe bin ich gewesen war eine waffe hast du maffin ja hab ich haben wir irgendwo ne waffe im auto negativ bei paul vielleicht hunderte von waffen blutet wie ein schwein er killt zombies er ist immer noch hinterm baum südlich von cabanino aufm hügel dann wo ist der hinterm baum da wo meine schüsse hingehen ich versuch da wo die zombies hinrennen rennt tausend zombies in den wald rein direkt zu ihm und rennt nicht vor mir lang was war das was schießt da kvk ne leute irgendwer muss mehr blut geben der der gerade überhaupt macht wird beschossen der hat meine leiche der sack mein zeug der mich bitte getroffen alter das war auch mein plan jetzt soll der drei night vision im rucksack wo bist du denn ich höre dich nicht ich höre dich nicht einfach rund 50 meter zurück laufen an so einer mauer ok hat er noch etwas interessantes ja auf night vision und so zeug aber die andere leichter das hast du ihn gesehen wer schießt denn zurzeit der schießt aus schießt von mir aus richtung darf mal richtung osten bisschen richtung süden da ist da oben irgendwo auf dem hügel richtung süden schießt er wir könnten prinzipiell dann noch bastis ich steig jetzt wieder ein die liegt relativ die ist bei bei der scheune zwischen cabanin und starke wo ist die nördlich davon das nördlich davon das kleine welchen am wald dann fahr ich mit dem oral hin ja die mod habe ich ja weggeschossen ja da ist noch eine mod da hast du den erwischt die hat die ist weg das heißt da liegt eine mod und der man hört sieben also die werden schon zu safen da ist er direkt neben mir mich wurde erschossen jetzt habe ich auch keinen bock mehr wie bin die direkt neben mir ich guck da die ganze zeit oben warte mal ich steig ein in oral fahrt jetzt einfach weg fahr doch den anderen urz da oben Kea ich war nur voll mit gear tools alles ja wo bist du denn hingerannt ja nach süden in deren richtung ja warum warte mal seht da einer am baum rechts oder ist das von der braunen scheune oder das welchen ich kann euch hin desentieren schau euch ja da sind zwei direkt nebeneinander ne mod ich sehe glaube ich schon gleich ja ja ich sehe sie schon ja ja sind auch vor uns oder ich bin erstmal weg ja wenn du sag immer die posi richtig wo du bist ja direkt am feldweg lag ich äh südlich von das müsste schon südlich von cabanino gewesen sein ich bin kurz aus cabanino raus ein kleines stück ja von da aus wo er jetzt mich erschossen hat von da aus kann er auf euch schießen also ihr solltet gas gehen ja er war direkt neben mir er kam auf mich zu ich hab grad in eine arme Richtung geguckt dann stand er neben mir er rennt von dem von dem ich hab meinen schon ein auto gelegt ja ja hab ihn hab ihn kannst du ihn war das der mit der hat eine ak oder so warte warte da will ich reagieren die andere jetzt wenn es da noch einer der hat das ich glaub weiter nee nee da ist noch einer dann Ja, auf jeden Fall, der hat das Survivor-Skin. Oh, der 2-Satz-Schiss verhaftet. Schiss! Ah, ich seh dich. Robben, ja, ja. Oh, ich werd beschossen, mal wieder. Richtig, er fehlt. Genau, von hinter mir, ja, ja, ja. Ich zieh seinen Schiss jetzt. Ja, fahr weiter, fahr weiter. Ja, ja, ich bin jetzt hinter dem Busch, ich bin jetzt hinter dem Busch, ich hab ihn aber nicht gesehen. Aber man zieht dich da relativ gut, also sie müssen meine Grafikeinstellung. Warte gleich. Nee, nee, scheiß doch, der kommt hier eh raus. Kann ich nochmal daran vorbeifahren jetzt? Nee. Ist zu gefährlich, wenn was kaputt geht. Faschino. Ja.